Schönen guten Tag. Ich bin mit unseren zwei neuen Galgas. Die sind so lieb. Also die Menka ist mega hübsch. Menka, hallo. So verschmusst. Also sie ist so hübsch. Und die Bomba. Die Bomba ist eine sehr kleine Galga. Sie war heute am Anfang ein bisschen schüchtern. Jetzt super gut. Also sie lässt sich streichern und alles. Niña, vente, 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 vente. Die sind müde und hungrig. Die sind direkt von den Galgeros abgegeben. Gott sei Dank, sie war nicht so gut. Und sie jagen, das ist gut. Und die haben so einen Hunger. Und sie möchten schlafen. Und sie mögen die Decke so sehr. Sie haben sowas nicht gehabt. Hola, hola, Minja. Hola, hola, hola. Hola. Que pasa. Hola, Bomba. Hola, hola, hola. Hey, Minja. Mega hübsche Damen. So schön. Und so verschmusst. Und sie machen so sehr, wenn wir sie streichen und mit ihnen Zeit verbringen. Zwei tolle Hundinnen. Und sie machen so sehr. Also. Vielen Dank.